Heyo, hier ist Rania und die Izzy und ich haben uns hier heute bei diesem schönen Haus eingefunden. Wooo! Hallo Leute, endlich hast du's geschafft! Hallo Chain! Hello! Wer ist denn Chain? Keine Ahnung. Kommt rein, wir haben nur noch zwei Stunden bis zum Showstart, okay? Ja cool, was für eine Show? Ich bin mir auch nicht sicher, ich hab auf dem Ticket gelesen, äh, Überraschungsshow? Warte, Jenna kommt? Jenna kommt? Yes. Ignorieren, er ist ein verrückter alter Mann. Okay, hier ist ganz schön voll im, äh, im Haus. Ja mega! Was für eine Show soll denn hier sein in dem Haus? Dein Haus ist riesig, Kette. Okay, wir nehmen jetzt Kette statt Chain wieder. Ah, okay. Wir haben noch ein bisschen Freizeit, wollt ihr etwas spielen? Sicherlich. Ja, nice. Uh, verstecken? Okay, ich werde einen Deal mit euch machen für etwas Geld. Das heißt, wir können hier uns gut verstecken und ein bisschen extra Geld verdienen. Das klingt gar nicht schlecht. Oh, nein! Oh, nein, 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 er versteckt sich und wir müssen ihn finden. Okay. Ja, wie cool das das denn? Äh, okay, okay. Er ist im Badezimmer. Nein! Warte. Das ging jetzt sehr schnell. Er hat ihn schon gefunden. Hier oben, der Bart ist er. Ja, stimmt. Er hat gelogen. Er hat überhaupt kein Bargeld. Warum würde er sagen, er gibt uns 50 Dollar, wenn er denn überhaupt nichts hat? Gut, ich kaufe uns Pommes und wir können in meinen Pool schwimmen. Abgemacht. Das klingt auch okay. Das müssen aber teure Pommes sein. Ja, vielleicht, wenn ihr jedem Pommes kauft. Weiß ich nicht. Wir sind ja keine 50 Leute, oder? Ja, aber vielleicht kauft ihr uns wirklich viel Pommes. Wer ist überhaupt Jenna? Das ist ein falsches Gerücht über einen Hacker. Okay, dann ignorieren wir das mal. Aber das stimmt nicht, es ist wahr. Es ist wahr? Ja, ich habe davon gehört. Okay. Lasst es mich erklären. Jenna hat sich bereits in Roblox gehackt und sie möchte es übernehmen. Sie bannt jedes Konto, aber... Oh mein Gott! Was zum... Junge! Warte, 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 was... Was war das? Da war einfach ein riesiger Hammer. Hast du das gesehen? Ja, und... Oh mein Gott, er ist tot. Keine Ahnung, lass uns schnell reingehen. Okay, wir müssen ins Haus gehen, wir müssen ins Haus gehen. Oh, no, 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 no. Okay, okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Acht Sekunden. Äh, ich bin hier hin. Ich auch, ich auch. Wo bist du? Ich bin hier bei dir. Lass uns verstecken, irgendwo ist hier jemand. Dann lass ihn ja nicht mehr schicken, Ronja, lass ihn doch umgehen. Okay, okay, wir lassen es hochgehen. Denkst du, die anderen gehen auch hoch? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe gesehen, dass er von einem großen Hammer getroffen wurde. Okay. Von Bannhammer! Von Bannhammer! Nein, der Bannhammer! Und der Roblox-Administrator haben das. Okay. Das heißt, er wurde von Jenna gebannt. Das Gerücht ist wahr! Und Jenna ist hier. Oh, oh. Oh, oh. Warte. Da sind die News. Jenna ist zurück. Okay, ähm. In den Nachrichten ist ein Haus, wo wir angeblich sicher vor Jenna sind. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie da hinkommen. Ich will auch nicht gebannt werden, Ronja. Ich auch nicht. Okay, dann lass uns zu dem Haus gehen. Dann sind wir sicher. Dann können wir nicht gebannt werden. Unsere Counts sind für immer in Frieden. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das hier soll sicher sein. Das sieht überhaupt nicht sicher aus. Die eine Säule stirbt doch schon ein. Willkommen, Roblox-Siana, in meinem Tierheim. Hallo, Sir. Danke, dass Sie uns hier übernachten lassen. Ähm. Tierheim? Warum ist das Tierheim jetzt hier der sichere Ort? Gern geschehen. Komm rein und lass mir dir den Ort zeigen. Es ist nicht sehr groß, aber es ist sicher. Vielleicht, weil sie uns hier nie suchen würde. Oh, vielleicht. Wir sind ja keine Tiere. Und Tiere würde man nicht baden. Das macht schon Sinn. Das stimmt. Oh, okay. Hier sind überall so kleine Betten. Das ist Badezimmer. Hier ist der Aufbewahrungsort. Das ist die Ruhestätte. Ah, hier kann man schlafen. Hm. Wir werden planen, wie wir Jenna besiegen können. Oh Gott. Wir müssen gegen sie kämpfen. Gegen einen Hacker? Aber zuerst treffe ich meinen Freund. Das wirkt wie ein unfairer Kampf. Wie sollen wir den denn gewinnen? Was? Er ist halb Giraffe? Halb Robloxianer. Okay, wir dürfen uns jetzt erst mal einen Schlafplatz wählen. Lass uns hier hinten Betten nebeneinander nehmen. Okay. Ist okay. Ist okay. Ich dachte, ihr könntet hungrig sein. Also habe ich auch was zu essen mitgebracht. Okay, gut vorbereitet. Es gibt eins für alle. Wir haben auch schon Pommes gegessen. Ich bin eine Giraffe. Eins ist mir nicht genug. Es tut mir leid, aber wir haben nicht mehr viel zu essen. Ich brauche extra oder ich werde nicht überleben. Was ist denn hier mit dem Giraffenmann? Ich sehe auch seinen Kopf die ganze Zeit nicht. Bitte, ich hungere. Könnt ihr mir bitte euer Essen geben? Ich habe keine Pommes mehr. Ähm. Okay, willst du dein Essen opfern oder dein Essen essen? Ich möchte lieber mein Essen essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Giraffe nicht. Ich habe es geopfert. Du hast es geopfert? Ja. Aber was ist, wenn wir das Essen später als Kampfwaffe brauchen, um deine damit abzuwerfen? Ich möchte schon noch mehr essen. Es tut mir leid, wir können ihnen kein extra Essen geben. Was auch immer. Mein Name ist Sharp9. Nein. Warten Sie, sind sie nicht ein Admin? Okay, die sind... Okay, das ist gut. Das heißt, der ist ein Admin und Jenna auch. Das heißt, wir können hier einen fernen Kampf haben. Jenna, am eh kommt's. Nein. Warum klingt das so komisch? Schnell folgen Sie mir. Äh. Okay, okay, okay. Wo müssen wir hin? Ich glaube hier hinten. In den Keller. In den Keller, ja, ja. Okay. Äh, hier runter sind wir hier sicher? Wahrscheinlich. Denke mal. Weil jeder weiß, Hacker gehen nicht in den Keller. Richtig? Keine Ahnung. Äh. Vielleicht kann man sich hier irgendwie rausstellen. Oh mein Gott. Wie bist du da rausgekommen? Oh. Was machen wir jetzt? Sie wird uns bannen. Wieso? Wieso? Ich dachte, wir sind sicher im Keller. Äh, ich glaube, ich habe ein paar alte Basketballschläger in den Kisten. Okay. Die Jenna, mir steht vor der Tür. Ich sehe sie. Und ich spalt. Ganz viele Hacker in schwarzen Klamotten. Warte, was? Oh mein Gott. Oh oh. Sie stehen da oben, Ronja. Äh. Okay, wir müssen die Kiste öffnen. Jeder hat einen Bannhammer. Nein. Okay. Ich habe jetzt so einen Baseballschläger. Ich werde jetzt schlagen, was auch immer ich sehe. Okay? Wer mir in den Weg kommt, ist geschlagen. Okay, wir sind auch in der Überzahl, sage ich. Oder? Wir sind echt viele. Okay, bist du bereit? Oh mein Gott, da sind sie. Wir siegen die Jenna-Armee. Oh, das sind zwei. Ganz viele Hacker. Au, au, au. Okay, der erste ist down. Der nächste. Oh mein Gott. Okay, beeindruckend. Das war krass. Das war ein Hacker und das ist erst der Anfang. Hacker mit Baseballschlägern. Warte, wo ist Tommy? Nein. War das nicht der Hausbesitzer hier? Ja. Hat er sich unten versteckt? Wollte der nicht mitkämpfen? Das ist natürlich ein bisschen schwach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nein. Oh, oh. Ich glaube, er wird gebannt. Oder wurde... Oh, oh. Ist alles in Ordnung da unten? Das hier ist für Jenna. Okay, das heißt, sie kommt nicht mal selber zum Kämpfen und sie schickt ihre Minions. Äh. Oh, der schießt Feuer. Junge, was zum... Okay. Kein Ding. Ich habe kein Problem damit. Als ich mir heute eine Show ansehen wollte, habe ich auch gedacht, dass ich vor irgendwelchen Feuerspeilen den Hackern weglaufe. Äh. Warten Sie, bis Sorkus müde ist. Okay, ein guter Geheimtipp. Ah. Äh. Okay, jetzt nicht angreifen, jetzt nicht angreifen. Nicht angreifen. Oh Gott, alle sterben. Guck mal, wir sind so viel weniger auf einmal. Nein. Ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Jünger, wann wird der denn müde? Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt. Hau rauf. Ah. Oh Gott, hat der viel Leben. Lala. Oh nein, 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 der wird gleich wieder aufstehen. Ah. Ich hoffe, Astronia. Komm schon. Nein, der ist ja müde. Nein, der ist aufgestanden. Okay, wir müssen noch einmal warten, bis er müde wird. Dann Feuer ausweichen. Oh mein Gott. Au. Pass auf, das hätte ich nicht erwischt. Aua, aua, aua. Oh mein Gott. Oh, hat dich. Nein. Nein, nein, nein. Ich bin, äh, ich bin weg. Aber ich bin wieder da gleich. Okay. Mach nur, nur keine kleine Klopause. Ah, da bin ich wieder. Verstehe. Ah, da bist du wieder. Okay. Guter Dinge. Oh, er ist wieder unten. Er ist wieder unten. Oh. Wir haben ihn. Yes. Ha. Wenn wir ihn besiegt haben, dann können wir auch Jenna besiegen. Sock, es war ein Top-Admin. Wie hat Jenna ihn gehackt? Warte, oh, Jenna hat ihn auch gehackt? Das wird schwieriger, als ich dachte. Okay, was ist da los? Stimmt, wir sollten eigentlich runtergehen, um Tommy zu suchen. Wo ist Tommy hin? Ich glaube, der ist weg, oder? Oh, Tommy wurde gebannt. Okay, wir müssen Jenna finden. Weißt du, wie man hackt? Ich weiß nicht, wie man hackt. Weißt du, wie man hackt? Äh, ich weiß nicht, wie man hackt. Ist okay, Giraffenmann weiß, wie man hackt. Und er sagt, hat man ein Tool gekriegt, wo er weiß, wie man Leute verfolgen kann? Okay, wir müssen Builderman finden, wer auch immer Builderman ist. Um das Admin-Tool zu reparieren, oder was? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich? Aber er benutzt gerade eigentlich das Admin-Tool. Also, das kann es nicht sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum wir Builderman suchen. Aber Giraffenmann hat sicher seine Gründe. Oh, lokalisiert. Auf dem Dach von den Robloxia Hauptquartieren. Oh, oh, das Ding ist auch fast kaputt. Oh nein, schauen Sie, was mit dem Gebäude passiert ist. Das Roblox Hauptquartier. Oh nein. Nur noch das O ist da. Aber welches? Es gibt zwei. Oh nein, da ist ein... Nein, guck mal, was ist das? Ich hab's auch gesehen. Was ist denn... Warte, das sind drei Leute. Wir müssen irgendwie aufs Dach kommen. Die sind alle gehackt. Sehen Sie ihn? Sein Name ist Tucker Tom. Gehackt vor zwei Tagen. Jenna hat ihn genommen, seit er... Weil er ein Entwickler war. Okay. Hazel wurde erst vor fünf Stunden gehackt. Warum ist die so blutig? Und er ist Sonnenlicht gehackt vor einer Stunde. Oh mein Gott. Er war einer meiner besten Freunde. Ich vermisse ihn. Nein, ich will nicht, dass sie dich auch hackt. Und das ist Hazel. Sie hat ein Adoptionszentrum gehabt und hat versucht, die Kinder auszusupften. Ach so. Also ich kann das Wort jetzt noch nicht, aber man lernt was Neues jeden Tag, he? Okay, wir müssen jetzt hier irgendwie reinschleichen. Wir müssen nur gucken, dass sie uns nicht entdecken. Okay, solange wir nicht in die roten Kreise von den Leuten gehen, sollten wir sicher sein... Oh mein Gott, die bewegen sich. Ich bin durch, ich bin durch. Ich kann... Darfst du, Freya? Ja, die Seite noch vorbei. Warte, warte. Ja, ja, ja. Die kommen nicht auf die Treppen, oder? Wunderbar. Ja, okay. Hacker sind zum Glück sehr dumm. Ja. Ja, das weiß jeder über, Hacker. Und kurzsichtig. Aha. Okay, wir sind hier drinnen. Wir sind auch schon sehr dezimiert. Wir sind jetzt, glaube ich, nur noch fünf Leute. Oh mein Gott. Oh nein, da ist er tot. Oh nein, das Ohr fällt auch noch runter. Nein! Vielleicht ist es was Gutes. Oh, oh, die Armen. Aua. Hier. Wir müssen sie zurücklassen und Bildermann finden. Alles klar, der ist wahrscheinlich oben auf dem Dach. Oh, da ist ein Aufzug. Okay, das spart uns viel Arbeit. Das geht bei dir. Haben die noch Strom hier? Ich weiß nicht, aber hast du gerade gesehen, wie Giraffenmann gelaufen ist? Ja. Hier sind wir. Das ist der Aufzug. Der Aufzug läuft. Funktioniert. Macht dir keine Sorgen über die Logik von dem Ganzen. Es funktioniert, okay? Okay, ich weiß, dass dein Büro oben ist, also suchen sie danach. Der Aufzug fährt nicht in die höchste Etage scheinbar. Vielleicht ist das kaputt gegangen. Oh, hier ist die Treppe hoch. Vielleicht müssen wir hier hoch. Ich glaube, keiner kennt sich hier aus, Ronja. Nein, 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 ich sage hier hoch aus. Oh, das ist ein Lager. Aber was ist, wenn wir durchs Lager durchgehen? Hier hinten? Oh, das sieht sehr gut aus. Dann hier nach links. Und hier weiter. Oh, das ist ein Labyrinth. Ich habe mich verlaufen. Nein. Aber es ist kein Ding, weil ich finde hier sicher zurück. Ist das der richtige Weg? Oh ja, da ist es. Baumeister. Hallo. Oh nein. Sein Zimmer ist zerstört. Das hätte man natürlich nicht kommen sehen können. Lassen Sie uns das Dach überprüfen. Okay, gute Idee. Ich dachte, er ist eh auf dem Dach. Hat das nicht sein großer Lokalisator gesagt? Oh, da ist ein Schild zum Dach. Okay. Wir haben hier ein gut ausgeschildertes Gebäude hier oben. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Nein. Der Baumeister. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Warte, lass mich sehen. Geh da nicht hin. Du bist nicht. Der Ballhammer. Nein, der Spur ist lebantisch. Ich weiß es. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich auch. Oh. Nein. Giraffenmann war unsere beste Chance. Jetzt ohne Giraffenmann weiß ich nicht, wie wir hier gewinnen. Wie sollen wir der Jenna besiegen? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, da ist Jenna. Jenna ist größer als ich dachte. Wenn du in seine Nähe gehst, wirst du sterben. Ah ja. Okay. Ihr seid mutig. Hast du Robloxia gehackt? Ich denke. Natürlich. Kannst du nicht sehen? Jetzt, wo ich den Bildermann gefangen genommen habe, kann ich endlich alle in Robloxia regieren. Aber ihr seid mutig. Ihr habt herausgefunden, wo ich bin. Deine Zeit ist vorbei. Du musst es jetzt stoppen. Okay. Äh. Bring mich dazu. Hast du noch den Baseballschläger? Oh ja. Ich habe noch einen Baseballschläger. Sehr gut. Okay, let's go. Wir müssen auf Jenna einschlagen. Irgendwelche. Warte. Jenna verliert nicht wirklich Leben. Au. Au. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Und ja. Okay. Wirf den Bannhammer. Ich werde gebannhammert. Hier hält die so grüne. Was ist das denn? Keine Ahnung. Okay. Wird Jenna auch müde? Müssen wir den Baumeister finden? Was ist unser Plan hier? Ich glaube, wir müssen sie töten. Greif Jenna an, während sie müde ist. Oh nein. Komm schon. Schnell beeil dich. Okay. Oh. Das ist gut. Die verliert viel Leben. Wir müssen mindestens die Hälfte wegmachen. Nein. Oh nein. Oh mein Gott. Au. Okay. Es geht noch. Wir sind noch alle im Leben. Warte, bis Jenna müde ist. Oh. Ich will von diesen grünen Dingern nicht getroffen werden. Bin ich hier hinten sicher? Was ist das für ein Babycomputer? Oh nein. Jenna wirft mal ein Hammer. Oh. Das war knapp. Das war wirklich knapp gerade. Nein. Au. Au. Okay. Das grüne ist das letzte, glaube ich, gewesen. Danach wird Jenna müde. Auf dem Stein sind wir sicher. Oh nein. Unsere Leute sind auch fast tot. Siehst du das? Ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Oh Gott. Nicht, dass sie hier auch noch... Okay. Jenna ist müde. Schnell. Schnell beeilung. Oh. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Denkst du, wir kriegen sie? Wir sind aber nur noch vier. Nein, wir kriegen sie. Ich gehe weg. Ich gehe weg. Okay. Au. Nein, nein, nein. Willst du nicht? Ich bin im Baumeister gespawnt. Der wird mir sicher wehtun. Okay. Noch eine Runde. Jenna wirft wieder Hammer. Ja. Versteck dich einfach hinter der Tür hier. Oh. Das ist clever. Alles gut. Ich habe... Oh. Ich habe noch ein bisschen Leben übrig. Okay. Okay. Die grünen Swirlies. Nein, 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 nein. Oh, ich habe so wenig Leben. Ich habe so wenig Leben. Nein. Okay. Jenna ist müde. Jetzt, jetzt, jetzt. Jenna ist müde. Schnell sein. Schlag auf sie ein. Okay. Bam. So besiegt man Hacker. Okay, wir haben es. Wir sind die einzigen drei Überlebenden. Haben wir Jenna besiegt? Wow. Haben wir Jenna besiegt? Das fragt er sich auch. Ich schätze, wir haben es getan. Was ist mit dem... Oh, mit dem Baumann. Ja. Stimmt. Oh, dem geht es wieder gut. Hallo. Äh. Auf keinen Fall. Was ist passiert? Das Letzte, was ich mich erinnere, ist, dass Jenna in mein Büro kam. Oh nein, guck mal, wie groß der ist. Das ist ein weiterer Bosskampf. Wir haben viele Freunde auf dem Weg verloren. Ja, das stimmt. Das ist wirklich wahr. Wir waren hier irgendwie zwölf Mann. Oh ja. Oh. Gibt es etwas, was sie tun können, um alle zu entsperren und dieses durcheinander zu beheben? Ich denke, ich habe etwas, was funktionieren kann. Dieser Reset-Knopf wird die Zeit auf genau eine Minute vor einer Woche zurückgedreht. Worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Okay, los geht's. Aber warte, wird denn Jenna nicht auch wiederbelebt? Ja, das dachte ich halt auch. Nein! Stopp! Drück nicht den Knopf! Naja, ist schon okay. Sieben Tage früher. Ja, aber dann müssen wir das Gleiche wieder machen. Jenna bandt doch wieder alle. Ich glaube, das war keine gute Idee. Nein, warte mal. Warte. Der Bildermann hat uns eine Million Robux gegeben. Schöne Geschichte. Ist leider schade, dass sie ausgedacht ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass ihr Bildermann getroffen habt. Okay. Ich weiß, dass ihr einfach im Lotto gewonnen habt. Versucht es beim nächsten Mal mit einer besseren Lüge. Warte, wie ist das wahrscheinlicher? Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben Jenna besiegt! Wir sind sicher! Ich bin mir nicht sicher, wie gut wir sie besiegt haben. Weil theoretisch haben wir es jetzt alles vor einer Woche geresettet. Alles klar, dann haben wir es aber geschafft. Wir sind jetzt sicher vor Jenna, dem Hacker. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Weil dann könnt ihr gerne einen Daumen hoch lassen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal. Und schaut unbedingt bei der Easy vorbei, denn da kommen auch viele coole Roblox-Videos. Dann macht's gut! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!